Hallo und willkommen zurück zu Lego Fluch der Karibik. Ich habe mir heute gerade einen Videobeweis geschickt, dass es wirklich so war, dass er mich rausgeworfen hat, obwohl er den ganzen Tag nicht online war. Ja, jetzt kann er nichts mehr sagen. Also er schreibt trotzdem und er sagt trotzdem was dazu, aber... Wir schauen uns mal die Dutchman an. Das ist der Schlüssel. Was macht der denn da? Ich bin ja sehr schnell im Gesicht. Oh, hallo! Äh, guck mal, da drüben. Ups. Aber der Hut! Otsch! Awww. Du? Du? Okay, wir müssen die jetzt anscheinend wieder zusammenbauen. Wow, okay. Wir haben schon zwei Leben verloren. Was soll ich denn da raufkommen? Äh... Was muss ich eigentlich genau machen? Ich muss die Leute finden. Okay, so viel ist jetzt... Oh! Ach, war das richtig? Muss ich die anleuchten wie bei Harry Potter? Ja, Tatsache. Tatsache, ich muss die anleuchten wie bei Harry Potter. Okay, die bleiben aber nicht lange weg. Ich leuchte jetzt erstmal einfach alles an. Das klappt aber nicht ganz so gut. Und so wie es aussieht, kommen die auch wieder, oder? Hm. Das ist ja komisch. So, wir machen hier immer alles kaputt. Okay. 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 Das ist ein Wesen. Also mach mal das. Ich baue mir Damage. Aha, okay, dafür brauche ich auch einen speziellen Fritzen anscheinend. Ah, warte. Charakter wechseln. Und dann... so, genau, okay, habe ich verstanden. Was ist los? Komm ich denn hier rauf? Okay, das klappt nicht. Hm. Ich noch nicht? So, hier erstmal wie immer alles, was nicht liebt und... Ich mag das Bestes kaputt machen, aber es ist gar nicht so viel. So. Oh, mehr ist hier ja nicht. Jetzt gibt's Muschelsalat. Damit bauen wir... Aha, einen der drei zusammen. Und du möchtest jetzt dein Besen haben. Verstehe. Du kannst nicht einfach den nehmen, der direkt neben dir liegt, ne? Ah, dafür brauche ich einen speziellen... Charakter. Und da drüben komme ich noch nicht hin. Ach, das ist Stiefelriemen, Bill. Okay. Okay. Was zur... Wow, okay. 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 Das ist quasi wie ein Teleporter. So. Wow. Nichts? Es ist das, was ich... Was ist das, was mir war? Sie sind da. Hier. Langsam. Sie sind ja auch ein, was. Sie sind... Ja. Ich hab das glaubens. Vielen Dank. Den stört es auch gar nicht, dass sie hier sein Schiff kaputt machen. Oh oh. Aber rot können wir ja nur mit, äh... Ich habe vergessen, wie er heißt. HAH! Ich fand davon... Kann ich werfen? Wieso kann ich jetzt die Treppe benutzen? Das verstehe ich nicht. Die ging doch vorher nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt funktioniert das. Jetzt können wir mit Whirl-Turner hier rauf und nicht mit Stiefelriemen bilden. Und können den Fisch da runter werfen. Spring! Aber doch... Bist du doof. Doch nicht sooo. Oh, oh. Ein blauer Stud. Ein blauer Stud. Ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch. Glücksspiel ist nicht gut. Die spielen Twister. Okay, damit wäre es wohl mit Twister vorbei. Dadurch, dass er so unkontrolliert läuft... Und auch so unkontrolliert zuschlägt... Finde ich das teilweise sehr schwierig... Äh, die Stubs einzusammeln. Warum geht das jetzt zum Beispiel nicht? Jetzt! HAH! Was rum ist? Ah! Oh, warte. Irgendwo wird doch hier... Muss doch irgendwo eine Lampe sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass hier keine ist. So. Einfach nur aus Prinzip... Okay. Und dann da oben vorhin. Was macht das Ding denn? Na, warum gehst du denn nicht da hinten hin? Wie sie sehen, sehen sie gar nichts. Wie sie sehen, sehen sie gar nichts. Wie sie sehen, sehen sie gar nichts. So, damit habe ich das. Ich will halt noch nicht runter. Warum bist du denn unten angekommen? Läuft hier einfach marodierend rum? Hm? Wollte ich gar nicht, macht aber nichts. Er hält auch seinen Säbel sehr merkwürdig, während er angreift, finde ich. HAH! Okay. Hierfür brauche ich auch wieder super stark. Super stark habe ich noch mal nichts. Ich wollte eigentlich das Fass hier vorne abmachen, aber... Okay. Okay. Irgendwann... Werde auch ich hiermit fertig sein. Flum... Und auch hier... So... Was hier hinter sammeln wir noch? Sehr gut. Sehr gut. So... Hier noch ein bisschen was, was wir verhexeln könnten. Inkl. Unserer Leidensgenossen. Wir müssen ja wahrer Pirat werden, weil wir haben ja noch nicht einen wahren Piraten. Ach, es geht also doch. Mit der Lampe. Gab's noch was? Hier? Oh! Ich wollte eigentlich hoch. Ah! Und jetzt können wir auch hoch. Je. So, dann nehmen wir die Lampe mit. Und können mit der Lampe... hier hin. Gab's noch ein paar blaue Stats. Und eine Flasche. So, aber hier gab's doch noch unten. Ah, und diesen hier, genau. Diesen. Und den hier. Ah, wahrscheinlich muss man das sogar machen. Sind die Pflanzen nicht kaputtgelegt? Weiß ich nicht. So. Nein. Sehr schön! Einen blauen Stein haben wir bekommen. Aha. Damit geht das weg. Das geht leider nicht mehr. War hier auch nicht. So, und jetzt... der das. Und der zieht hier dran. Und schon sind wir... frei. Glaub ich. Oh, jetzt können wir Davy Jones nachjagen. Boah, das finde ich ja cool. Oh, du könntest hier auch wieder zurück. Sehr geil. Also es ist von der anderen Seite nicht ganz authentisch. Aber von hier ist es sehr, sehr geil gemacht. Dass du es... richtig siehst. Na dann rein da. Ich bräuchte noch ein... bisschen... Leben. Oh, okay. Da komm ich nicht hin. Äh... So. Irgendjemand schreibt mir. So kann ich das vielleicht... Aha. Okay, lass mal los. Dann wahrscheinlich auf die andere Seite... Ah, die kann man kaputt machen. Okay. Wir machen sie auch kaputt. Ich mein, wir sind zwar schon... wahrer Pirat. Erstens schadet es nicht. Wobei, wie es aussieht, schadet es doch irgendwie so ein bisschen. Okay. Und drehen wir hier dran. Okay. Das hat nicht funktioniert. Oder... Ach, Mist. So, dann da rauf, hier rauf Aber jetzt wird er doch wieder runtergespült Oh, aber er hat es geschafft, es hinzutun Okay Oh, okay, also du darfst nichts falsch machen Cool Ja, geil Es hat auf alle Fälle was Also das verstehe ich ja noch Achso, der schläft Eine Banane? Na gut Komm, mein Sohn, flieh Flieh von diesem verfluchten Schiff Okay Okay Tja Dumm gelaufen, wa? Nein, nein, was mache ich? Was mache ich? Hm, okay, das Geheimnis der Dutchman, abgeschlossen Sehr schön Und wir bekommen Stiefelriemen, Riemen, Bill Turner Haben den wahren Piraten, bekommen dafür einen goldenen Stein Oh, nicht allzu viele Stats gesammelt, natürlich Und haben Ganze fünf Sachen, hätte ich nicht gedacht Und ein Minikin Und ein Minikin Nur einen, aber Naja, passiert So, jetzt haben wir 14 Noch zwei Dann können wir das nächste freischalten Ich weiß schon nicht, was das war Aber wir können mit 16 irgendwas freischalten Weiter geht's Was kommt denn jetzt? Ähm, gehen sie jetzt ins Sehenseits? Ach nein, er ist noch gar nicht tot Wow Ah, das ist der Ich hab keine Ahnung, wie er hieß Aber wir gehen jetzt die Kiste suchen Okay Der will schon mal einen Regenschirm Und der will eine Banane Wir schwimmen erstmal ein bisschen Schauen, was wir so an Stats einsammeln können Nix Okay Wie, das können wir nicht kaputt machen? In Ernst? Kann man sagen Ich meine, die Stats werden zwar alle weggeschwemmt, aber Was soll's So Na gut Gehen wir also die Muscheln kaputt machen Weil die geben immer recht gut Stats Also was heißt recht gut War besser als was, ne? Oh, 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 oh Alle mit Alles mein Weil auch hier würde ich gerne Wahrer Pirat werden So Ja, okay Die sind weg Aber wir können hier vorne nochmal gucken Guck mal Guck mal Eine Flasche Einfach so Oh, warte Daneben war noch ein blauer Stud Und ein goldener Ach, die sieht man so schlecht Oh Na gut Na Tauch Okay Was bringt uns dieses Ruderboot Wenn wir da im Kreis rum fahren Ich probier's einfach mal Damit so hier am Rand lang zu fahren Ob mir das Irgendwas bringt Es scheint aber nicht wirklich so Die Schaufel nehmen wir erstmal mit Du nimmst bitte den Achso, die erste sind zwei Schaufeln, okay